Hallo zusammen, mein Name ist Marilene Hüttenrauch. Ich bin vom Beruf der Sozialarbeiterin und kandidiere für die GFA. Ich bewerbe mich für ein Mandat im Arztbeirat Rödesheim. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich wählen würden. Der Arztbeirat bietet den Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit, Ihre Anliegen vorzutragen. Ich werde Ihnen gut zuhören und zusammen werden wir nach einer Lösung suchen. Vielen Dank.